Eine Reise, die uns mit unzähligen Möglichkeiten und Abenteuern beschenkt. Das Leben ist ein Geschenk. Jeder Tag, den wir erleben dürfen, ist eine Chance, unsere Träume zu verfolgen, unsere Fähigkeiten zu entfalten und unsere Beziehungen zu vertiefen. Es ist leicht, sich in den Alltag und die Routine zu verlieren, aber ich ermutige Sie, das Leben bewusst zu leben und dankbar für die kleinen und großen Freuden zu sein, die es uns bietet. Das Leben ist voller Möglichkeiten. Unabhängig von unseren Lebensumständen oder den Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, gibt es immer Wege, unsere Situation zu verbessern. Das Streben nach persönlichem Wachstum und die Offenheit für neue Erfahrungen erweitern unseren Horizont und eröffnen uns neue Türen. Das Leben ist Veränderung. Wir müssen uns anpassen, wachsen und manchmal auch kämpfen. Doch in diesen Herausforderungen finden wir Stärke und Resilienz. Wir lernen, aus unseren Fehlern und Misserfolgen zu wachsen und schließlich unsere Ziele zu erreichen. Das Leben ist kostbar. Die Zeit, die uns gegeben ist, ist begrenzt und deshalb sollten wir sie sinnvoll nutzen. Verfolgen Sie Ihre Träume, nehmen Sie Risiken, Seien Sie mutig, lachen Sie viel und lieben Sie tief. Das Leben ist Beziehungen. Die Verbindungen zu Menschen um uns herum bereichern unser Leben auf unzählige Weisen. Familie, Freunde, Partner und Kollegen sind Quellen für Unterstützung, Freude und bedeutsame Momente. Pflegen Sie diese Beziehungen und teilen Sie die Freude und die Lasten des Lebens miteinander. Das Leben ist eine Reise und Sie sind der Kapitän Ihres Schicksals. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Leben nach Ihren Wurstelungen zu gestalten und die Welt um sich herum zu gestalten. Das Leben ist es wert, gefeiert zu werden. Das Leben ist es tief, gefeiert zu werden. Das Leben ist B труб chips, bevor wir sie sind. Eine Rede, uh die Leben langäheden justen, LMUPro Im Verfolg